Guten Morgen, liebe YouTuber. Was geht? Albach. Das ist schon der zweite Pass am 12. Die Kille da, wo dann Raps getät wird. Im Moment. Das Pass ist da hinten ziemlich leckig. Hier ist ein Schlauch kaputt. Der verspisst dann den oberen Teil des Passes. Da kommt nächstens gerade Regen. Dann kann ich nicht mehr über Stoppelfeld fahren. Ich probiere dann noch schnell zwei Fass raus, bevor der Regen kommt. Dann kommt immer ein halber Liter Piatin rein auf 8 Kubikmeter. Dickstopperzögerung. Der Regen ist gekommen. Jetzt ist erوق, der ist Máin und Grafstelle. So. De Regen ist gekommen. supuesto. Ich bin da auf die Main Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020